Sehen Sie sich an. Sie sind ein Topmodel. Das alle vergöttern. Reden wir mal darüber, wie sie entdeckt wurden. Eine Nacht. Okay. Und du? Kein Stress. Sie ist meine Schwester. Deine Schwester darf hier schlafen, aber nur für eine Nacht. Mama. Ich nehme auf der Suche nach neuen Gesichtern. Ich gebe dir einfach mal eine Karte. Und warum wollen wir unbedingt Model werden? Ein Model zu sein, ist doch besser als zu putzen, oder nicht? Kannst du laufen? Ich bin den weiten Weg nach Mogadischo gelaufen. Nein, 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 grauenvoll, grauenvoll. Zieh die aus! Wenn wir das gut hinkriegen, das werden wir dann leben. Die schicken mich auf große Mondenschauen für viel Geld. Ja! Das ist ein Irrtum. Das ist ein Irrtum. Das ist ein Irrtum. Sie werden ausgewiesen. Eine anständige Frau macht das nicht. Hallo? Tanzen wir. Eine anständige Frau ist geschnitten. Was heißt geschnitten? Sie haben es nicht bei dir gemacht. Ich will nicht mehr diese von der Nomadin zum Topmodel-Storys. Reden wir über den Tag, der ihr Leben verändert hat. Als ich ein Kind war, sagte ich, ich will keine Frau werden. Warum? Wenn es so schmerzhaft ist. Komm, lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, was es heißt, eine Frau zu sein. Meine Frau weiß nicht, was ich schmerzen so ein bisschen hin. Was das ist, was ich staher! Ich komme, alles. Am gesund, nicht mehr. Ich bin immer mehr. Du bist. Ich bin alle, viele. Ich bin alle, viele. Die Zumalgerinnen sind. Untertitelung des ZDF, 2020